Herzlich Willkommen zur astrologischen Analyse für April und in das was uns in dem Mai mit rein begleiten wird und es ist wirklich ein enorm spannungsgeladener Monat vom Astrologischen her gesehen und wir müssen uns da wirklich jetzt einmal vor Augen halten, dass ein inneres, ein seelisches Brodeln durchaus mal hochkochen kann und sich dann auch natürlich im Außen manifestieren kann und da hat die Astrologie wirklich einige ganz spannende Bilder bereit. Wir haben zuerst einmal, das beginnt wirklich so im April, beginnt die Konjunktion dann von Jupiter und Uranus im Stier. Wir sind ja jetzt gerade in den Frühling rein, aber Jupiter, Uranus im Stier und Jupiter habe ich ja schon gesagt, also Jupiter ist eigentlich eine sehr positive Energie, ist eigentlich eine Energie, die man sehr, ja immer Expansion, eine gute Fügung auch sein kann, ja also wird eigentlich als Glücks-, als Fülleplanet immer beschrieben in der Astrologie, kann aber natürlich auch die Übertreibung sein, auch die spirituelle, ideologisch ein bisschen die Verblendung auch, die da dabei sein kann und das in Kombination mit Uranus, der eigentlich auch frischen Windrevolution reinbringen möchte immer wieder, ist natürlich eine Vergrößerung auch des Umbruchs, eine Verschnellerung des Umbruchs im Stier, in der Materie, im Körper. Also das heißt, es kann wirklich auch bedeuten, dass man, dass man jetzt merkt, entweder es gibt eine Änderung im Bankenwesen, es gibt vielleicht auch im Zinsmarkt Änderungen, das könnte da alles natürlich mit rein spielen. Es kann natürlich auch sein, ich habe damals, also bei der Jahresvorschau gesagt, der Jupiter so quasi im Widder, das ist für mich auch immer so ein bisschen eine kriegerische Energie, die Energie hat sich jetzt ein bisschen abgespielt, aber, und jetzt kommt das große Aber, der Mars bildet dann mit dem Saturn zusammen eine Konjunktion im Fischezeichen. Und jetzt ist Fische eigentlich so das Innere, also eigentlich so das Geistige, die innere Wirklichkeit, während das Stier, so der Leib, die Materie, das Physische ist. Also das, was um dich herum ist, also das, was du angreifen kannst, ist eigentlich so stierisch geprägt, ist die Materie, die Form. Und Saturn, die Regeln, das Gesetz, ja, die Beschränkung, die Grenze, ja, ist ja im Fischebegriff, von dem die Grenze, die sich auflöst, ins Unsichtbare geht, ist ja auch so Kriegshandlung natürlich, ja, und da kommt jetzt der Mars auch auf, und das bedeutet für dich im Inneren, dass da einfach nur ein gewisses Brodeln, eine gewisse Unruhe stattfindet. Und zusätzlich in dieser Fischeenergie, in dieser, im Geheimen, in der Auflösung, haben wir auch noch drinnen, die Venus, die Venus und den Neptun, und die haben da auch eine Konjunktion drinnen. Und das ist einfach so wirklich so dieser, dieser Liebestraum, der Gefühls-, also der Gefühlstraum. Es könnte aber auch sein, dass man wirklich sagt, okay, da wird die Venus als Herrscher, ja, als Herrscher des Stierhauses eigentlich auch, da lösen sich Werte weiter auf. Also das kann da natürlich auch sein, könnte natürlich auch wieder Inflation oder Bankenkrise, also da könnte schon mal so eine Auflösungsenergie drinnen sein. Mal schauen, was sich jetzt April bis Mai da so tut. Es ist auf jeden Fall ein Monat, wo man auch sagt, okay, es ist jetzt dann natürlich auch Ostern drum, ja, diese Osterzeit, aber es ist durchaus eine spannende Zeit, auch im Innerlichen her, wo man sagt, okay, dass man vielleicht teilweise nicht so ganz spürt, was habe ich denn Lust, auf was habe ich denn Freude, was gefällt mir denn wirklich, dass man sich ein bisschen verloren fühlt auch, ja. Und dass man da aber im Außen nicht unbedingt dann einen Anker bekommt, also wo ich sage, im Außen, die Orientierung, das kann dann auch so ein bisschen natürlich fehlen oder sich ganz schnell ändern, dass man da ein bisschen orientierungslos ist. Und was eben da jetzt auch mitspielt in diesen ganzen, in diesen ganzen Wirbel rein, ist eben diese Saturn-Mars-Konjunktion, ja, also das ist auch noch einmal eine Energie, man kann sich das vorstellen, eine Kraft, ungebendelte Energie wird beschränkt, ja, also das ist ja fast wie so ein Kilomat, so ein Druckkochtopf, kann man sich das vorstellen, das wäre ein Fischezeichen, Saturn und Mars, eine gute Analogie, denke ich, aus einem Druckkochtopf, so ein Kilomat, wo wirklich immer mehr sich der Druck aufbaut und da, und ja, da muss ein gutes Überdruckventil vorhanden sein, weil es halt so sein kann, dass es da einfach auch innerlich so, ja, enorm was zerreißt, also dass man wirklich sagt, okay, seelisch, mir reicht was, mir wird der Stress zu viel und ich will das alles nicht, ja. Das alles macht allerdings ein Sextil hin, ja, zum Jupiter, also Jupiter, Uranus, das heißt, wir haben dann in dieser komprimierten Energie, ja, also diese Grenze, die fast nach außen drängt sozusagen, ja, im Fisch, in der Auflösung, ja, also wo wirklich so Kraft-Energie-Grenze, die sich auflöst, ja, und auch die Kraft, die da irgendwo, ja, im Ätherischen sich transformiert, die wirkt richtig rein aufs Physische, also das heißt, achte wirklich in dieser Zeit auf das, was du denkst und mit was du dir wirklich umgibst und mach dir bewusst, dass du Dinge manifestieren kannst, einfach durch deine Gedankenkraft und dass da alles entweder schlimmer oder besser auch wirkt, also das würde ich mir auf jeden Fall bewusst machen, also wirklich klar sein, nicht in einen Stress zu verfallen, nicht in eine Unzufriedenheit zu verfallen in dieser Zeit, weil gerade jetzt da so dieser Druck schon enorm werden kann und auch die Exzentrik enorm werden kann, das ist natürlich auch das, dass dieses Gefühl, wollt ihr uns alle verarschen, also das ist natürlich schon auch so ein Gefühl, dass dann stärker werden kann mit eben diesem Uranus-Jupiter zusammen und das ist auch die, die Übertreibung einer Ideologie, das auf die Spitze treiben einer Ideologie, ne, und da ist eben wirklich so dieser Punkt, man muss da einfach wirklich vorsichtig sein und einfach da auch aufpassen drauf. Ja, das ist der eine Brennpunkt. Was jetzt noch dazukommt zu diesem Ganzen, also wäre es noch nicht genug, ich weiß, also wäre es noch nicht genug, haben wir den Pluto ja noch im Wassermann stehen und was macht der Pluto im Wassermann? Der macht da einfach mal so ein Quadrat zu Merkur in Wider rein und das ist natürlich schon immer diese Transformation, Stirb und Werde, wo es von Funktionen, also aufpassen beim Bedienen von Maschinen und das im Wider auch noch dazu, also nicht zu schnell sein, Frühling kommt, beim Radfahren aufpassen, im Straßenverkehr aufpassen, vielleicht auch bei längeren Reisen vielleicht ein bisschen aufpassen, gut sich zu organisieren, aufpassen, dass Dinge nicht einfach kaputt gehen und einfach im Stress jetzt der Ärger danach hochbordet und rausbricht, ja, also da würde ich immer aufpassen, vor allem dann auch aufpassen mit News-Meldungen aus dem Internet, dass man sich da nicht in die Irre führen lässt, dass man sich da nicht in eine falsche Richtung verhetzen lässt und da bin ich auch dabei, bei der Kriegspropaganda, bei der Kriegshetze, also lass dich nicht verhetzen. Das ist einfach, lass dich nicht aufhetzen, sondern bleib klar bei dir, bleib klar in deinem inneren Frieden, in deiner inneren Bewusstheit. Ich weiß, jeder von uns ist unzufrieden, jeder hat einen, hat einen Drang, dass da was rausbrechen sollte, aber projiziere diese Unzufriedenheit nicht nach außen, nicht auf jemanden im Außen, sondern löst diese Unzufriedenheit bitte bei dir und werde da nicht aggressiv. Mach Sport, geh spazieren, mach eine Meditationsübung, wenn du möchtest, bewege dich halt einfach, bewege deinen Körper, schau, dass du klare Gedanken fasst, dass du immer, bevor du etwas tust, wirklich noch einmal klar darüber nachdenkst und ja, da würde ich dir einfach diese Empfehlung abgeben, denn das ist astrologisch enorm aufgeladen. Und was das jetzt nochmal verschärft, dieses Pluto im Wassermann, da gibt es das sogenannte Rucksackprinzip in der Astrologie. Das heißt, ein Planet nimmt einfach mal, wenn da, wenn da, wenn da andere Planeten in seinem Haus stehen, nimmt der Planet ein bisschen so diese Wirkungskraft mit rüber, wo er steht und Uranus, der Herrscher vom Wassermann, und das wissen wir, steht ja jetzt im Stier. Der Uranus steht jetzt im Stier und Uranus nimmt jetzt einfach zu der Konjunktion mit dem Jupiter einfach nochmal den Pluto mit und damit haben wir in einer Wechselbeziehung Jupiter, Uranus und Pluto im Zeichen Stier. Und das ist natürlich schon etwas, wo ich sage, ja, das kann eben wirklich von fast sektenartiger Verblendung oder großen Überraschungen auch noch einmal so im Volk kann sich da was äußern. Also das ist nicht immer unbedingt das Positive, das kann positiv sein, aber kann eben auch so ein bisschen so eine Transformation sein, kann eben noch einmal so ein Ausbruch sein, ein Wechsel sein. Auch im politischen Sinne könnte man das schon so sehen. Also wenn man jetzt die Politik hernimmt und sich das dann mal anschaut, also das ist jetzt zwar die Sonne noch nicht so massiv bestrahlt, aber ich habe gesagt, so im Mai herum sollten wir auch politische Überraschungen oder Wechselveränderungen, Politwechsel erleben heuer. Mal schauen, vielleicht bahnt sich da jetzt schon was an und man merkt schon mal, wo da eine Reise hingeht. Aber auf jeden Fall ist das, ist diese Ballung von diesen Schicksalsplaneten, von diesen großen, großen Themen, von diesen großen Planeten im Stier, wo man aufpassen muss eben auf der körperlichen Ebene, wo man auch schauen sollte, sich nicht jetzt irgendwie religiös in etwas rein zu verrennen oder spirituell in Ideologien zu verlaufen. Und da bin ich auch immer wieder ganz, also folge, folge niemandem nach. Ich meine, folge mir bitte auf YouTube, aber folge nicht mir nach, weil ich kann genauso viel Quatsch reden und jeder, und was ich so höre, bitte dieser unreflektierte Quatsch, dass ich sage, ich sehe jetzt was, was du nicht siehst. Und so kann man es ja zusammenfassen. Ich sehe was, was du nicht siehst, wie das Kinderspiel beim Verstecken. Bei so etwas bitte einfach aufpassen und da ist einfach eine erhöhte Gefahr gegeben, sich dann noch mehr verblenden zu lassen oder noch etwas rein zu theatern. Im wahrsten Sinne des Wortes, prüfe alles auf die Erdung, auf das Konkrete, dazu lädt ja auch Stier ein. Lebe auch die Materie, finde auch Lust und Freude in der Materie, in dem ganz klar, konkret da sein, geerdet sein und nicht in irgendwelchen Luftschlössern oder irgendwelchen Weltuntergangsfantasien, sondern da bitte wirklich einfach ganz klar und konkret am Boden bleiben. Und wenn wir jetzt diese Kombination aber noch haben mit dem Mars dann auch, also nämlich über Saturn Mars, die ja da ein Sextil hinmachen, da jetzt zu Uranus, Jupiter, Pluto in der Wirksamkeit rein, dann ist das natürlich schon eine gewisse Hausnummer, wo ich auch sage, okay, das kann durchaus auch mit Regeln sein, mit, ich nenne es jetzt einmal wirklich geheime Machtstrukturen oder neue Machtstrukturen, die sich da jetzt mehr formieren oder versuchen zu formieren oder auch irgendwelche geheimen Gesetze, die da irgendwie im Hintergrund geschmiedet werden. Müsste man mal schauen, was sich da so tut. Auf jeden Fall ist es ein definitiv groß geladenes, ein groß geladener Monat und achte auf deinen Körper, achte auf das, was du zu dir nimmst, was du konsumierst, auch medial, was du konsumierst. Schau, dass deine Verdauung gut läuft und schau, dass dieser seelische Leidensdruck, den du wahrscheinlich auch hast oder dieser seelische Stress sich in etwas Positives umwandeln lässt. Und die positive Umwandlung heißt einfach in diesem Fall auch, geh nicht mehr nach außen. Also geh nicht in das, was nach außen jemand dir sagt, weil das, was du, wenn du mir zuhörst, wo geht deine Aufmerksamkeit hin? Du hörst mir jetzt zu und dafür bin ich dir dankbar, weil deine Aufmerksamkeit natürlich auch zu mir geht, aber die sollte auch zu dir gehen, in dein Inneres zurück. Und das ist eben das Wesentliche, dass du sagst, okay, ich konsumiere jetzt was, schau mir an, was habe ich da jetzt für Informationen, aha, da kommt der Stress oder da kommt das her, was brauche ich denn jetzt konkret in meinem Leben? Und da würde ich sagen, okay, was kannst du dir mitnehmen? Unruhe in deiner Wirklichkeit, wenn du dich nicht klar einsetzt für deine positive Selbstbeschränkung. Und ich würde das auch sagen, im Inneren gehört da ein Einsatz zur positiven Selbstbeschränkung, Selbstbegrenzung. Und das heißt für mich, die Füße am Boden, den Kopf frei halten für Inspirationen. Definitiv. Aber nicht irgendetwas im Außen hinterherlaufen. Also alle Bilder im Außen, die du jetzt hast, können sich als Trugbilder erweisen. Und ich denke, das ist die Essenz. Alles Lug und Trug im Außen. Nur in deinem Inneren hast du Klarheit, hast du Frieden, hast du Wahrheit. Und in diesem Sinne lade ich dich dazu ein, in dieser Osterzeit dann auch, wenn dann alles aufgeht wieder, es geht jetzt alles ganz schnell, die Natur blüht auf, dass du wirklich auch in dir wieder Frieden findest, in dir klar bist. Und auf gut Deutsch, lass dich nicht verarschen. Gut. Damit haben wir jetzt mal so reingeschaut, so eine Tendenz für April. Wie gesagt, wahnsinnig spannungsgeladen, intensives Monat, wo man sicher auch vieles im Außen sehen wird. Also ich bin gespannt auf das, was man so in den Zeitungen, in den Medien da alles noch so hochkocht und was da kommt. Es ist auf jeden Fall wirklich großes, großes Ballungsthema. Ich wünsche dir für diese Zeit alles, alles Gute. Bleib bei dir, bleib in deiner Mitte. Lass mir einen Daumen hoch da, abonnier den Kanal, teil das Video. Freut mich natürlich. Der Kanal wächst über 4000 Abonnenten. Richtig, richtig geil und richtig, richtig cool. Und wenn es dich interessiert, ich habe auch demnächst ein Event, kommt jetzt dann gleich der Teaser irgendwo eingeblendet. Und zwar Astrologie und Partnerschaft, wo du dir jetzt wirklich auch so deine partnerschaftspersönlichen Planeten so ein bisschen anschaust. Venus, Mars, Merkur, was sich da tut, was da wichtig ist in der Partnerschaft. Ein 4-Stunden-Live-Event bei mir in Linz. Meld dich an, sei dabei, wird sicher cool über dein Inneres oder über deine Partnerschaft ein paar Dinge aus der astrologischen Sicht zu erfahren und einfach auch ein bisschen damit zu arbeiten. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit aus dem wunderschönen Linz. Alles Gute und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss, bis nächstes Mal. Musik 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 Musik